Wir haben uns sehr gefreut, dass wir eingeladen worden sind von den Grünen, uns auf den Stufen des Olymps zu sitzen hier. Wunderbar. Und wir bedanken uns auch bei der Sonne fürs Licht heute. Schön. Kann es sein, dass du denkst, dass die Welt sich um dich dreht? Glaubst du wirklich, jetzt mal ehrlich, dass sich hier irgendwer versteht? Mit deinen sogenannten Schifferkloxen, bunten Fantasien und deiner Aura voll am Napalm und die Gedanken, die so fliehen. Nein, nein, nein. Das kann doch gar nicht sein, dass du denkst, am Morgen fährt ein Bus. Zu Selbsterkenntnis und zurück. Familienpreis mit Himbeleis. Nachschlag, danke schön. Kann es sein, dass du denkst, du bekommst dir was geschenkt? Glaubst du wirklich, jetzt mal ehrlich, dass das Glück sich an dich hängt? Nur weil du davon geträumt hast, dass dein Schädel implodiert? Heißt es doch noch lange nicht, dass das hier eben interessiert. Nein, nein, nein. Das Leben ist ein Schwein. Und das Letzte, was wir mit dir teilen, ist dieses Fiss. Na gut, du wirst noch gehen. Gehen wir noch ein Fiss. Ein G und oben drauf, die Auflösung. Auflösung. Gehen wir noch ein Fiss. Musik Kann es sein, dass du denkst, das Ding weht sich und mich dreht? Glaubst du wirklich, jetzt mal ehrlich, dass das hier irgendwer versteht? Deine Söge entlangt, zu verkorksten, bunten Fantasien Deine Aura, voll am Nachbalk und die Gedanken, du so fliehst Nein, nein, nein Das kann doch gar nicht sein, dass du denkst, am Morgen fährt ein Bus Zu Selbsterkenntnis und zurück Familienpreis mit Erdbeis, Nachschlag Abonno, Nachschlag, Dankeschön Mr. Oberbürgermeister, please open this gate Danke Es ist mexikanisch, mexikanisch Wir sind jetzt über den Kalipz und sind dann alle wieder froh Im schönen Mexikum Puh Popo sieg als kleiner Mann, gern sich große Frauen an. Sollte nie so schön gebaut, wie Don Quedros Kraut. Au revoir, chérie. Wir sehen uns an. Es gefällt uns, was wir sehen. Doch wir können's leider nicht verstehen. Und darum, darum sagen wir au revoir.